Hallo zusammen, heute starte ich meine Wanderung in Breitenbach in der Nähe von Schleusingen. Durch das Vessertal geht es hoch zum Adlersberg, einem schönen Aussichtspunkt hier. Die Länge der Wanderung beträgt ca. 17,5 km bei 430 Höhenmetern. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anschauen vom Video. Am Ortsende von Breitenbach gibt es einen Wanderparkplatz. Diesen verlinke ich dir in meinem Blogbeitrag. Erinnert und Länge von Breitenbach wieder mit Länge und Dr. Der Niveau schneidest du mit Schleuswert auf, die Leiterspäne wird ohne am besten. Ich nehme den Läden, da Lausche zu benutzen und glaube ich, ich nehme ein paar physically, Ich nehme ihn nachher und dann habe ich mich sehr früh mal Kontakt. Meine Damen und Herren, ich nehme die Zettrenze hin. Ich nehme die Zettrenze hin. Ich nehme die Zeit herronde, dass der Zettrenze hin. Heute ist das Wetter richtig schön und ich kann um dreiviertel zehn schon mit dem T-Shirt laufen. Das ist einfach wunderbar. Der Wanderweg verläuft immer entlang der Feser. Schade, dass man nicht näher an den Bachlauf herankommt. Das ist wirklich Idylle pur. Das Wasser rauscht, die Vöglein zwitschern und ich bin noch keiner Menschenseele begegnet. Einfach schön hier. Der Blick hinab ins malerische Fessertal. Sohn. Ist das nicht wunderschön hier am Bachlauf im Gang? Untertitelung des ZDF, 2021 Musik So, ich bin nun kurz vor dem Ort Felsa angekommen. Traumhaft diese Felsformationen. Hier geht es ganz schön steil bergauf. Der Berg bringt mich ganz schön ins Schwitzen. So. Die letzten Meter zum Atlasberg. Die letzten Meter zum Atlasberg. Die letzten Meter zum Atlasberg. Was für eine schöne Aussicht am Aussichtsturm am Atlasberg. Der Eintritt kostet übrigens 50 Cent. Prost! Der Eintritt kostet übrigens 50 Cent. Dieser schmale Trammelpfad ist ein Weg nach meinem Geschmack. Wer aufsteigt, muss auch wieder absteigen. Von jetzt an geht es eigentlich nur noch bergab. Der Eintritt kostet übrigens 50 Cent. Der Eintritt kostet übrigens 50 Cent. Der Eintritt kostet übrigens 50 Cent. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wer will denn hier noch Sport machen? Das Laufen reicht doch! Untertitelung des ZDF, 2020 Und schon ist der Wanderparkplatz wieder in Sicht! Die Tour war sehr schön, da sie sehr abwechslungsreich war. Besonders malerisch war das Fessertal mit seinem Bachlauf und den kleinen Kaskaden. Die Aussicht am Aussichtsturm vom Adlersberg war wirklich traumhaft. Eine herrliche Weitsicht! Ich hoffe, mein kleines Video hat dir gefallen und ich würde mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst und meinen Kanal abonnierst. Vielen Dank und bis bald! Ciao!